Dynamo TV wird präsentiert von Asti. So liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer im Umlauf des Stadions und auf FCK TV herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach unserem Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden entstand 3 zu 0 vor 19.606 Zuschauern. Ich begrüße hier oben die beiden Trainer Uwe Neuhaus von Dynamo Dresden und FCK-Cheftrainer Typhoon Korkut. Das erste Wort haben natürlich die Gäste. Herr Neuhaus, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, danke sehr. Ja, am liebsten würde ich ganz wenig sagen, aber nutze ja nichts. Zweite 3 zu 0 Niederlage innerhalb weniger Tage. Im Grunde genommen bin ich eigentlich nur über die erste Halbzeit richtig sauer. Das habe ich der Mannschaft auch in der Halbzeit gesagt, weil wir eigentlich vor dem 1 zu 0 schon 3 zu 0 hätten hinten liegen können. Wir haben uns schon einiges vorgenommen, auch trotz veränderter Ausstellung an unserem Spiel festzuhalten. Kreislautern früh zu stören ist uns nur in ganz wenigen Ansätzen auch gelungen. Und hinten hatten wir Tag der offenen Tür. Das muss man einfach so sagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es Auswirkungen der ersten Saison-Niederlage gegen Aue waren, völlig ohne Selbstvertrauen zu spielen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten aufgeregt hat, dass wir kein Zutrauen in unser Spiel, was uns stark gemacht hat, gefunden haben. Nach vorne ganz, ganz wenige Aktionen. Das war in der ersten Halbzeit der Kopfball von Marco Hartmann und in der zweiten der von Stefan Kutschke. Ansonsten waren wir so harmlos vom Tor. Jede Flanke, jede Standardsituation, völlig ohne Gefahr. Und darüber hinaus sind wir natürlich in den entscheidenden Situationen so weit weg vom Gegenspieler. Also das war schon eine Einladung zum Tore schießen. Und man kann auch einen schlechten Tag haben, man kann mal schlecht Fußball spielen. Aber man muss das versuchen, was in der Vergangenheit sehr, sehr gut geklappt hat. Und deswegen war ich in der ersten Halbzeit ein bisschen sauer. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es versucht, haben wir zumindest optisch ein leichtes Übergewicht gehabt. Ja, aber das ist mit den beiden Toren, die dann auch relativ schnell fielen. Ähnlich auch wie zu Hause gegen Aue war eigentlich vom Kopf her, war das Spiel gelaufen. Weil es ist dann schon schwer, sich damit abzufinden und das Spiel zu drehen. Faktisch unmöglich. Ich glaube, das hat man mal in der Mannschaft angemerkt. Für uns ist es jetzt wichtig, in der englischen Woche diese beiden Niederlagen zu verdauen. So schnell wie möglich die Köpfe frei zu kriegen. Wir können besser Fußball spielen. Und dieses Zutrauen müssen wir uns bis Sonntag mal wieder erarbeiten. Danke. Dankeschön, Uwe Neuhaus. Taifun, dein Kommentar zum heutigen Spiel, bitte. Ja, endlich. Ja, endlich. Wir haben eigentlich so angefangen, wie wir es uns vorgestellt haben. Wie wir es auch in allen anderen Heimspielen gemacht haben. Mutig nach vorne. Haben wir auch in allen anderen Spielen zu Hause Riesenmöglichkeiten gehabt. Und ja, ich habe kurz mal nachgedacht, das kann doch wohl nicht sein. Aber man muss dann der Mannschaft wirklich ein Kompliment machen. Die Mannschaft ist hartnäckig geblieben. Und das war für uns auch unter der Woche, auch vor dem Spiel gegen den VfB, ganz, ganz wichtig. Dass wir hartnäckig sind und dass wir das Glück suchen. Und das hat die Mannschaft heute, denke ich, mit aller Macht auch gemacht. Sehr, sehr schöne Tore erzielt. Wir hatten natürlich auch schwierige Phasen, in denen Dresden aufgekommen ist. Mussten dann auch etwas korrigieren. Aber haben dann auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut verteidigt. Die ganzen Flanken von der Seite. Und haben uns wirklich dagegen gewehrt, auch ein Gegentor zu bekommen. Und das war mir heute auch sehr, sehr wichtig, dass wir dieses 3-0 dann, was ja sehr früh schon zustande gekommen ist, dass wir das bis zum Ende halten. Von daher wirklich ein sehr, sehr großes Kompliment. Der Sieg tut gut. Der tut allen gut. Der tut vor allem aber der Mannschaft gut. Der tut allen Personen gut, die an dem Umbruch beteiligt sind. Der Vorstand, das Trainerteam, alle, die dazugehören, das Funktionsteam. Wir haben das gebraucht. Das wird uns einen Schub geben. Aber wir haben auch jetzt nicht so viel Zeit, um das zu genießen. Leider. Es geht weiter. Wir haben am Wochenende ein schwieriges Spiel. Wir sind noch nicht stabil. Das haben wir heute auch gesehen. Genauso wenig, wie wir die Niederlagen schlecht reden sollten, sollten wir auch so einen klaren Sieg nicht zu hochjubelnd entgegennehmen, sondern einfach weiter arbeiten. Es ist noch viel, viel Arbeit hier. Aber wir wollen. Wir wollen. Alle wollen. Die Mannschaft will. Die handelnden Personen wollen. Und von daher werden wir diesen Weg mutig weitergehen. Dankeschön, Trainer, bis hierhin. Jetzt ist Zeit für Fragen. Wie üblich bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Wir reichen Ihnen dann ein Mikrofon. Wer möchte den Anfang machen? Oliver Sperg von der Rhein-Pfalz in der ersten Reihe. Einmal Mikrofon, bitte. Was hat Sie bewogen in der 46. oder beziehungsweise zur Pause, Ali rauszunehmen, den Sie ja ein bisschen weiter vorne haben spielen lassen im Vergleich zu vorher und Osave zu bringen, weil so schlecht war Ali nicht. Nein, er hat einen Schlag auf den Fuß auch bekommen und hatte da auch schon Schmerzen. Es gab dann die Überlegung, ob wir ihn noch ein paar Minuten weiterspielen lassen, ob er das dann noch durchsteht. Andererseits haben wir gesehen, dass wir auch auf den Gegner getroffen sind, die auch spielerisch gut sind und uns auch immer wieder über die Flügel Probleme bereitet haben. Haben dann, hätten natürlich auch 1 zu 1 wechseln können, haben uns aber für die offensive Variante entschieden, um auch nochmal dann in der zweiten Halbzeit über Konter das Spiel vielleicht für uns zu entscheiden mit der Geschwindigkeit, die der Jamen noch dazu hat. Hat funktioniert heute, ja. Ich weiß nicht, ob es am Wochenende funktioniert. Gibt es weitere Fragen? Uli Schauberger von der Bild-Zeitung. Ihre Einschätzung zu Jacques Suhr, bitte. Ja, hat, glaube ich, jeder gesehen. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Stürmer, Tore. Jamen auch. Also, von daher sind wir alle jetzt im Moment zufrieden. Er hat jetzt, er ist nicht ganz fit zu uns gestoßen, wie viele andere Spieler auch, die jetzt auf dem Weg sind, die wir vorbereiten. Aber letztendlich ist es auch nicht nur Jacques. Jacques war sehr wichtig, auch einfach von der Ausstrahlung her, von seiner Mentalität her. Trotzdem müssen wir jetzt auch in dieser Phase, in der noch nicht alles hundertprozentig passt, es passt noch nicht alles. Es ist einfach so, dass wir immer noch Phasen haben, in denen wir nicht ganz so stabil sind. Müssen wir schauen, dass wir auch über die Mannschaft kommen. Wir haben heute, oder wir haben die komplette Woche auch vor Stuttgart. Da denke ich, das war auch das Allerwichtigste, dass wir wirklich alle ruhig geblieben sind. Heißt, alle handelnden Personen, von oben nach unten, Vorstand, Sportdirektor, Trainer, Trainer und vor allem auch die Mannschaft. Die Mannschaft war auch ruhig, weil sie wusste, dass wir in jedem Spiel unsere Chancen herausspielen. Und das, glaube ich, war sehr, sehr wichtig. Was dazu noch heute kam, war einfach diese Hartnäckigkeit, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat. Wenn ich die Statistiken anschaue, wir hatten mehr Flanken, wir hatten mehr Torschüsse. Also sie wollten heute unbedingt diesen Sieg einfahren. Und das haben sie gemacht. Von daher gilt, glaube ich, das größte Kompliment an die Mannschaft. Und sie wird aber auch morgen gleich wieder runtergeholt von mir. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind jetzt am sechsten Spieltag. Wir haben am Wochenende wichtige Spiele. Also müssen wir nachlegen oder versuchen zumindest mit aller Macht noch was zu machen. Die anderen Spieler heranführen. Wir haben eine sehr, sehr homogene Gruppe an Spielern, die noch zusammenwachsen müssen. Und dazu benötigt man Zeit. Die nächste Frage kommt von Jürgen Schmidt vom SWR Fernsehen. Herr Kaukut, Ihre Einschätzung nochmal auch zu Julian Pollersbeck, der zwei Spiele gemacht hat, sehr stabil steht und eine fantastische Parade heute gemacht hat. Müssen Sie vielleicht einen Geri Ehrmann fragen. Geri weiß, wie das geht. Geri bereitet auch, muss ich auch ganz klar so sagen, die Torhüter immer sehr, sehr gut vor. Von daher, ich vertraue meinem Torwarttrainer. Mein Torwarttrainer vertraut natürlich auch seinen Torhütern, die er ja auch ausbildet. Von daher, alles gut. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber auch schon gegen Stuttgart. Er war vor allem ruhig. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Hat keine Fehler drin gehabt, keine Unsicherheiten, auch mit dem Ball am Fuß. Oben hat er alles runtergepflügt, hat nochmal eine Sensationsparade gemacht. Von daher sind wir da auch sehr, sehr zufrieden. Aber wie gesagt, den einen zu loben. Es waren ein paar auf dem Platz, die heute wirklich sehr, sehr gut auch verteidigt haben. Alles das, was er halten konnte, hat er gemacht. Aber die davor haben auch sehr, sehr gut verteidigt. Von daher bin ich wirklich mit der gesamten Mannschaft zufrieden. Gibt es weitere Fragen? Tatsächlich keiner mehr? Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wünsche Ihnen allen und vor allem unseren Gästen aus Dresden eine gute Heimfahrt. Tschüss. Wünsche Ihnen allen und vor allem unsere Gästen aus Dresden eine gute Heimfahrt. Wir haben nicht alle Gästen aus Dresden, sondern wir haben nicht alle Gästen aus Dresden. Wir haben auch auch schon bei Ihnen alle Gästen aus Dresden. Das ist das Wünsche von Dresden. Vielen Dank.